Die Nebenquests, die jetzt halt verfügbar sind, sind im Prinzip nur dazu da, dass du deine HP pushen kannst, weil du ja die ganzen Kugeln bekommst. Ich habe vergessen, den hier zu machen. Das ist ja komisch. Wir sollten auf jeden Fall vorher speichern, weil der Kampf könnte ein bisschen ekelhaft sein. Falls wir überhaupt kämpfen müssen, aber ich denke mal schon. Zwei Medusen, die versteinern können, sind schon doof. Das ist nicht wundervoll, wundervoll. Art Verteidigung. Dankeschön, Dankeschön. Apfelgummifamilie, wow. Da ist das was. Du sind zwei. So, die ist körperlich und naja, gut. Konzentrieren wir uns erstmal auf eine. Ja. Let's go. Das dachte ich mir jetzt aber auch gerade. Wow. Ähm. 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 Ja, gut, die erholen sich ja glaube ich nach der Zeit. Also. Ja, siehst du da unten. Shit, das muss ich da nicht. Also. Warte mal, wieso kann ich nicht heilen? Wieso kann ich nicht heilen? Wieso kann ich nicht heilen? Ähm. Du kannst eigentlich schon wieder auf Miklio wechseln, glaube ich. Ja. Also sie sind an sich nicht schwer, merke ich glaube, weil wir haben die schon süße gebashed. Och. Wahhh. Warte, warte, warte. Ja. Warte, 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 warte. Ich habe schon mit drei Putzes genommen. Ja. Ich habe schon mit zwei. Haben Sie es mir schon mit zwei? Ja. Was? Du hast dein letztes Out. Und jetzt ist es amortisiertes Art. Tidal Rave. Sprudel. Oh. Nimbus erhalten. Wow, wir haben jetzt erst den Nimbus erhalten. Gut, dann haben wir das jetzt auch schon mal hinter uns. Das ging ja relativ schnell. Äh, aber so in Ordnung, Maven und Logan zu begraben. Ah, stimmt. Jetzt ist, äh, das wo ich meinte. Wo wir dann in die Trisoldo-Höhle müssen. Ah. Das war so schwer. Was ist es, dass der Kardinal und ihre Säge alle hatten zu wählen, zwischen der Todes und einem Leben, die sie in Hellen sind? Es gibt so eine Sache wie Destiny in diesem Welt, aber ich will nicht glauben, dass alles, was passiert, ist predeterminiert. Ich habe nie wirklich viel Geld in Destiny gelegt. Alle leben auf der Räser zwischen Licht und Dunkelheit. Du wirst niemals wissen, wie sie fallen. Es ist so passiert, dass alle drei Schwestern fallen auf der Seite der Dunkelheit und wurden Hellen. Das ist alles. Kannst du wählen, welcher Seite du fallen? Um, ja. Es ist dein eigenes Leben, nachher. Soray. Ja, Rose hat die richtige Idee. Warte mal, mach mal was anderes. Äh, immer noch nichts zu den Verbrecherkindern. Äh, Wash. Er ist drüben in Highland. Nähe des Falke Wienhans. Dann gehen wir halt da hin. Sagst du, das geht wenigstens. Ist gut. Äh, östliches Ende von dem südlichen Eingang nach Marland. Gehen wir mal da hin. Es steht aber bestimmt bei der Brücke? Hm. Doch. Haha. Es war so klar. So, da steht ihr ja. Hallo? Hä? Hä? Wir waren mit Ihnen über zwei verschiedene Anzeiten. Aber es sieht aus, dass sie sich berühmt sind. Was heißt das? Ich habe ein paar Infos über die Romano-Firm. Der Genau. Ja, lauf davon, lauf davon. Das ist aber komisch, warum kann man an Whirlands nicht frei rumlaufen? Das verstehe ich halt noch nicht. Irgendwas vielleicht getriggert oder so? Irgendein kleines Gespräch, dann müssten wir von Lastenball einfach mal rausgehen. Aber es macht für mich auch irgendwie keinen Sinn. Ja, treff mich! Meine Faust ins Gesicht! Bam! Are you ready? I am ready! War hier nicht auch noch eine goldene Truhe? Ich glaube schon. Mein Gespür schlägt an, ich bin besser als... Ding! Oh, ich tue eine Kiste! Ich spüre eine Kiste! Ich spüre eine Kiste! Du spürst gleich meine Faust! Nein! Oh, hallo! Sehr dunkel, ja! Da waren wir aber schon mal drinnen. Using unsere kleinen Reifund für innovate. Nur so sehr schlaufe! Are you Mr. Romano? Wer das mal weiß? Ich habe dieses Platz reserviert. Hinge gibt das was, was ich b exceln möchte. Sie können einfach Kosten kaufen Sieghe von Kunst. Warum sind Sie so genütziert? Sie sicher nicht vermergert. Sieghe. Wer bist du? Was? Was? Ist das eine Art Schalte, kleine Frau? Eine Schalte? Ja. Ach. 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 Amhyd Alter, was geht denn jetzt? Krasse Scheiße, ey! Apropos, warte mal ganz kurz. Ähm... Strudel, Strudel, Apfelstrudel! Ja. Aha, warte ich hab Blasenpfeil, Fallsturm... Ähm, wow... Warum nicht mal 5? Tja... Das hab ich mir damals abgedacht. Vergiss nicht, was du mich auf R2 hattest. Ich hoffe, wir keine... Das kam ja... Wieso müssen wir dann mich oder dich? Fuck ey, wieso sind die... Ich hab überhaupt nicht damit gerechnet, dass die auf R2 jetzt so abartig stark sind. So? Hab das doch nicht so zu heilen? Jaja, aber wenn sie sich dabei kugeln, dann helfen sie uns ja auch nicht. Wieso? Achso, weil sie Widerstand gegen Normal haben und da Normal mit drinne ist. Das Problem ist meine ganzen... Zauber... Bis auf der könnte... Na einfach sein. Wow, nice! Kannst du mich total? Ja, sobald du mal richtig ausweist... In eine andere Richtung... Ja... Ich brauche eine Hand! Du fühlst es? Soul Resonance! Hier wir gehen! Hier wir gehen! Hier wir gehen! Maelstrom! Hier wir gehen! Cloudburst! Hier wir gehen! Noch mal, noch mal, noch mal! Cloudburst! Yes! Ich brauche eine Hand! Das ist nämlich ein Zauber aus. Fuck, wo bin ich denn? Nein! Nein! Es ist nur noch einer! Wuuu! Fuck, ey! Alter! Ja, immerhin bringt Wolkenbruch was, ey! Das war alles schön für Gott! Wow! 18.000 Erfahrungspunkte! Ach, so schade! Alter! Ja, gut! Kann man uns mal entgegenwerfen, ne? Ja! Das sind halt die, die im nächsten Level auch auftauchen! Ja! Ich bin wieder auf die Beine von diesen Beinen! Von Fools wie du, die würden so wie diese Beine zu verhören! Warum würde ich sie kaufen? Ich würde sie niemals tarnen, weil sie sie zu verhören, indem sie zu verhören! Die Beine von der Beine von einer der Beine von einer der Beine von einer der Beine von einer! Ich! Diese Arbeitsplätze sollen meine und meine allein sein! Das ist meine Beine! Meine Beine! I shall fight to protect artistic beauty the world over! For the sake of such a historic undertaking, who cares about one or two dead brats? Can he be purified? He isn't emitting any malevolence. Figured. Hold on a moment. Help me! May these weary bones find peaceful rest. When did you... We figured out who these two are. They're kidnappers who've killed over 30 people. There were requests from the victims' families. Well, that's the end of that. Mission accomplished. How should we report back to our client? I'll tell the children myself. Could you come with me? Of course. Natürlich wollen wir den kleinen Kindern sagen, dass wir ihre Mörder gefeucht haben. Sorry for making you worry. Well, as long as you're okay. Ja. Das war jetzt doch mal wieder ein bisschen aufregender. Ich mag meine Attacke. Ja, die hält gut auf. Ich mag meine Attacke auch. Wie ich echt unterschätzt. So, wo sind die Tintagel? Tintagel, Tintagelruine, Tintagelruinen von Tintagel. Kleines Zimmer, ja. Wehe, ich bin jetzt hinten in diesem Zimmer mit dem Gemälde. Nein, wir sind hier im Kleinstagel. Nice. Sind die überhaupt hier unten? Die sind draußen, glaube ich. Boah, diese Kinder. Ist ja widerlich. Die Kinder halt nun mal sind, ne? Widerlich. 16 Uhr. Widerlich. Widerlich. Ja, ist ja okay. Halt hat geschrieben. Da. Oh nein. Stimmt ja. Was ist denn jetzt passiert? So sehen sie gleich nochmal. Aber ... She went mad with Rage, right after regaining consciousness. We couldn't do anything to stop her. The memory of her companions getting killed had probably taken over her troubled state of mind. And so she became a Hellion once again. In the end I couldnt save anyone. That's not entirely true. Think about it. If you hadn't purified her she would have killed many more. If that was the result of her grief towards her companions then she would be beyond redemption. Der Mann war einfach... ...unfortunat ist alles. Die Böden verabschieden haben ihre Vengeanz. Also hat er seinen Willen, nachher? Nein. Wir haben nur was, was wir haben. Nichts mehr. Das ist nichts zu retten, wenn man so denkt. Huh? Dann warum machen wir das? Wisst ihr... ... wie viele Schreckliche Dinge passiert in der Welt? Ich will alles, was ich kann, um sie zu verhindern. Bis zum nächsten Mal. Natürlich. Das ist die Aufgabe der Schrecklichen Böden. Ja. Wir haben auch unsere Werte von Hard Knocks. Darum ist es unsere Aufgabe, um ein Ende zu stellen, wenn wir können. Das bedeutet... ... dass es dein Job... ... zu töten. Ja. Aber es ist wahr, dass ein Welt, in dem wir nicht zu töten, wäre es besser. Egil, Felice, Telfrin, Roche, und die anderen fühlen die gleiche. Wie auch ich. Aber Sarei, du kannst sie wirklich schützen. Du kannst sie schützen. Du kannst sie einfach und einfach machen. Mein Job... ... ist zu geben Leben. Du hast es. 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 Du hast es.